Es ist das größte jährlich durchgeführte Naturfilm-Festival in Europa, das Greenscreen-Festival in Eckernförde. Mittlerweile ein internationaler Treffpunkt der Naturfilmer und für die Filmemacher die perfekte Möglichkeit, mit dem Publikum in Kontakt zu kommen. Hier entscheidet also nicht die Quote über den Erfolg, sondern der Applaus. So kennt man viele Tierfilme, tolle Bilder, ungewöhnliche Perspektiven. Beim Greenscreen-Festival in Eckernförde setzen sich viele Tierfilme in diesem Jahr allerdings kritisch mit dem Umgang mit Tieren auseinander. Zum Beispiel im Film »Ausverkauf der Menschenaffen«. Die Problematik ist die, die wir voraussehen konnten. Das heißt, es gibt Schimpansen, die sind zum Verkauf da, es hat sich nichts geändert. Und wenn da nichts passiert und die zwei wieder exportiert werden, dann heißt das, dass wir nichts erreichen, dass wir die Handhabe nicht haben, da was zu ändern. Der Film »Ausverkauf der Menschenaffen« konkurriert in Eckernförde mit zwei anderen Filmen um eine Auszeichnung in der Kategorie »Green Report«. Man führt die Menschen mit diesen kritischen Filmen schon in eine Richtung, die sie vorher nicht kannten. Und dann möchten die auch gerne aktiv werden. Das Gefühl haben wir. Wir haben sehr aktive Zuschauer, die nicht nur gucken, sondern auch reden und was tun wollen. Greenscreen-Festival Eckernförde. Auch vom NDR co-produzierte Produktionen sind zu sehen. Wie etwa »Rückkehr der Raubtiere« von Holger Vogt. Untertitelung des ZDF, 2020